A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, beim ruhmvollen Koran. Aber sie staunen, dass zu ihnen ein Warner aus ihrer Mitte gekommen ist und die Ungläubigen sagen, das ist eine merkwürdige Sache. Wie, wenn wir tot sind und zu Staub geworden sind, dann sollen wir wieder auferweckt werden? Das ist eine Wiederkehr, die weit abseits liegt. Wir wissen wohl, was die Erde von ihnen wegnimmt und bei uns ist ein Buch, das alles aufzeichnet. Nein, sie haben die Wahrheit, als sie zu ihnen kam, für eine Lüge erklärt und nun befinden sie sich in einem Zustand der Verwirrung. Haben sie nicht zum Himmel über ihnen emporgeschaut, wie wir ihn erbaut und geschmückt haben und dass er keine Risse aufweist? Und die Erde, wir haben sie ausgebreitet und feste Berge darauf gesetzt. Und wir ließen auf ihr all die herrlichen Paare hervorsprießen als Aufklärung und Ermahnung für jeden Diener, der sich bekehrt. Und vom Himmel senden wir Wasser hernieder, das voll des Segens ist, und bringen damit Gärten und Korn zum Ernten hervor und hochragende Palmen mit dicht stehenden Fruchtscheiden als Versorgung für die Diener. Und wir beleben damit ein totes Land. So wird die Auferstehung sein. Schon vor ihnen leugneten das Volk Noas und das Volk des Brunnens und die Tamut und die Ard und Pharao und die Brüder des Lot und die Waldbewohner und das Volk von Tuba. Alle diese haben die Gesandten der Lüge bezichtigt. Darum war meine Drohung in Erfüllung gegangen. Sind wir denn durch die erste Schöpfung ermüdet? Nein, aber sie sind sich nicht im Klaren über eine neue Schöpfung. Und wahrlich, wir erschufen den Menschen und wir wissen, was er in seinem Innern hegt. Und wir sind ihm näher als seine Halsschlagader. Wenn die zwei aufnehmenden Engel etwas niederschreiben, zur Rechten und zur Linken sitzend, bricht er kein Wort aus, ohne dass neben ihm ein Aufpasser wäre, der stets bereit ist, es aufzuzeichnen. Und es kam die Benommenheit des Todeskampfes in Gerechtigkeit. Das ist es, dem du zu entrinnen suchtest. Und es wird in den Sur gestoßen. Dies ist der Tag der Drohung. Und jede Seele ist gekommen. Mit ihr wird ein Treiber und ein Zeuge sein. Und es wird in den Sur gestoßen. Wahrlich, du warst dessen ahnungslos gewesen. Nun haben wir deine Augenbinde von dir genommen, sodass dein Blick heute scharf ist. Und sein Gefährte spricht. Hier ist, was ich bereit habe. Werft beide in Jahannam einen jeden undankbaren Hartnäckigen. Den Behinderer des Guten, den Übertreter. den Zweifler, der einen anderen Gott neben Allah setzte. Werft denn ihr beide ihn in die schreckliche Pein. Sein Gefährte spricht. O unser Herr, ich verführte ihn nicht zur Empörung, sondern er selbst ging zu weit in die Irre. Er spricht. Streitet nicht vor mir, wo ich euch doch die Warnung im Voraus gesandt hatte. Das Wort wird bei mir nicht abgeändert und ich bin in nichts ungerecht gegen die Diener. An jenem Tage sprechen wir zu Jahannam, bist du angefüllt. Und sie spricht. Gibt es noch mehr? Und das Paradies wird den Gottesfürchtigen nahe gerückt und es ist nicht länger fern. Das ist was jedem von euch verheißen wurde, der reumütig war und sich in Acht nahm. der den Allerbarmer im Geheimen fürchtete und mit reuigem Herzen zu ihm kam. Geht darin ins Paradies ein in Frieden. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Sie haben darin, was sie begehren und bei uns ist noch weit mehr. Und wie viele Geschlechter haben wir schon vor ihnen vernichtet, die schlagkräftiger waren als sie und im Lande umherzogen. Gab es da ein Entrinnen? Inna fi thalika ladhikra liman kaana lahu kalbun au alqas sam'a wa hua shaheed. Hierin liegt wahrlich eine Ermahnung für den, der ein Herz hat oder zuhört und bei der Sache ist. Und wahrlich, wir erschufen die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, in sechs Tagen. Und keine Ermüdung berührte uns. So ertrage geduldig, was sie sagen und lob preise deinen Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor dem Sonnenuntergang. Und lob preise ihn in einem Teil der Nacht und jeweils im Anschluss an die Niederwerfung. Und lausche am Tage, wenn der Rufer von einem nahen Ort zum jüngsten Gericht rufen wird. Der Tag, wenn sie in Wahrheit den Schrei hören werden, das wird dann der Tag der Auferstehung sein. Wahrlich, wir allein machen lebendig und lassen sterben und zu uns ist die Heimkehr. An dem Tage, wenn sich die Erde spalten und sie, die Toten, freigeben wird, worauf sie aus ihr heraus eilen, dann wird ein Versammeln vor sich gehen, das für uns ganz leicht ist. Wir wissen am besten, was sie sagen. Und du hast keine Gewalt über sie. Ermahne darum durch den Koran den, der meine Drohung fürchtet.